Nehmt mehr komische Gestalten als Bilder, haben sie gesagt. Willkommen zurück zu Thrawn's Revenge, habe ich gesagt. Ja, willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Video. Und also endlich, oh mein Gott. Hierzu Blitzer Husks Campaign. Es hält sich aber noch relativ übersichtlich bei der Anzahl der Planeten. 16 Stück ist jetzt ja nicht so viel und ich war jetzt hier gerade schon über den ganzen Rest hier drüber. Ich wollte es allerdings halt nicht vorenthalten, was für Gestalten ich hier oben rechts zu sehen habe. Guck, die kennen wir ja hier, Captain Skeptisch und so weiter und so fort. Und die drei habe ich noch dazu bekommen. Einmal den Ilan Resk, dann einmal Viktor Strang und einmal diesen nett dreinblickenden Herrn hier, den Weir. Da fehlt glaube ich ein D. Egal. So, Collective Sadistic Warrior, sieht ja auch aus auf jeden Fall. Der sieht definitiv aus, als wird der kleinen Kinder in die Lollis klauen. Soviel dazu. So, ähm, jo, warum ich das sage, ist das, ähm, also nicht das mit den Lollis, sondern, ähm, hier mit der Campaign. Schattenmisch gesehen, das wenn ich das hier bauen tue. Klitter ja schon. Completing this will declare victory for your faction. Das ist halt echt nett. Ähm, ja, werde ich auch mal eben machen. Ich würde allerdings noch mal eben, gerade jetzt die Folge nutzen, um noch mal das Ganze so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wirtschaftssystem habe ich jetzt, glaube ich, und hoffentlich auch verstanden. Soweit, dass ich sagen kann, gut, ich würde mich jetzt auch mal auf, ähm, auf und in die nächsten Szenarien trauen. Äh, wenn es Vorschläge zu den Szenarien gibt, gerne her damit. Also gerne sagen, yo, spiel mal dies oder spiel mal das. Ähm, bitte seht vielleicht noch dann davon ab, ne Kampagne zu nehmen, die 5 Milliarden Planeten hat. Okay, ne, also das meiste ist wahrscheinlich irgendwie 168, aber wäre ganz gut, wenn da so vernünftige weiterstehen. Ne, irgendwie so, keine Ahnung. Lass jetzt mal irgendwie erst mal so 60 Planeten sein oder so, dann ist das noch halbwegs übersichtlich. Aber nicht direkt irgendwie so, ne, 100 irgendwas. Yo. So, die Parteien gucke ich dann natürlich schon später, dass ich dann noch ein bisschen einen besseren Überblick kriege. Und ich habe es ja gesagt, mit der Zeit werde ich mich mit Sicherheit auch verbessern. In dem Spiel hier. Und, äh, kann dann auch noch die schwierigeren Sachen mitnehmen. Yo. Das als Wort zum Sonntag. Ohne einen Sonntag zu haben. So. Constructing Unit. Okay. Irgendwie. Galactic News Feed. Genau. Irgendwie hat sich das ergeben, dass unsere Infrastruktur nicht so ganz cool ist. Und, dass eben die Preise und auch die Produktion, also Preise nach oben, Produktion nach unten gegangen ist. Und, ja, ich glaube, das ist eher so der große Ausgleich. Dafür, dass wir einfach zu cool sind. Ist einfach so. Transport, klar. Okay. Hier ist einfach mal keiner. Sehr schön. Ähm. Geh bitte. Wer ist er denn? Oh, wer ist das denn? Geil. Das Police Enforcer Platoon. Wir dürfen gegen die Police Akademie antreten. Die kennen wir schon. Mercenary Platoon. Und das vierte Platoon. Heavy Scavenger Platoon. Cool. Komm, die nehmen wir nochmal eben mit. Da habe ich sogar Bock. Wir haben ja dann auch die eigenen Bodentruppen nochmal anzuschauen. Okay, wir überraschen viel Grün auf der kleinen Map. Venturator Bonus. Mining World. Wie immer. Native. Okay. Hm. So, entweder heißen die vier oder ich überlege jetzt gerade, ob das irgendeine Abkürzung ist, aber ich glaube, das ist, äh, die heißen so. Ungrated Human. Human. Okay, die Map ist eigentlich ganz geil. Reinforcements auf dem Weg. Genau, der kommt hier mit seinem einzelnen ATS-Tail. Aber hier? Kommt seinem Speed-Up-Bike. Geil. Reinforcements auf dem Weg. Da schreit er ja die dicken Wummen und der läuft ganz zufrieden. Hervorragend. Reporting. So, wo muss ich denn hin? Ich muss einmal nach da, damit ich auch schöne Versteckung rufen kann. Der pupst allerdings erstmal hier seine neuen Leute raus. Da kommen also die Sturmtruppler her. Hm. Sieht so ein bisschen aus wie diese Flughafenfahrzeuge, die Pakete von A nach B bringen. Jetzt sind da auch so ein bisschen gelangweilt, habe ich das Gefühl. Was ist denn der... Okay. Ach, und das ist der... Das ist dieser komische Typ hier, der Lieutenant. Ach, und der bringt seinen Darkrider mit. Okay, verstehe. Cool. Der bringt seine ganze Motorradgang hier mit. Ready. Der darf laufen. Okay, der sieht gar nicht so aus wie aus dem Foto. Finde ich eigentlich auch okay. Proximity, Fragmentary Mines. Was ein Wort. Und der kann einen guten Sprint hinlegen. Ich bin bereit. Und wir kämpfen hier auf den Planeten des Wackelpuddings. Äh, Waldmeistergeschmack. Du möchtest deinen Hintern beginnen. Ich werde dich aufhören. Ich werde dich aufhören. Ich werde dich aufhören. Affirmative, Sir. Ja, Sir. Wenn ich das hier einnehme, hoffe ich. Deploy Infantry. Geht ihr das jetzt ein, oder... Nein, ist das nur... Abandoned Publications Array. Ja, das wäre schön, wenn die das einnehmen. Y-Wing, hallo? Da haben wir noch eine Fabrik. Ja, wie kann ich das hier nicht einnehmen, oder ich habe es eingenommen. Oder es zu wissen. Einen großen Vorteil haben die Bodenschlachten bei Thrones Revenge tatsächlich. Die sind irgendwie ein kleines bisschen schneller. Und das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Da unten gibt's Geld. Hä? Abandoned Vacuum Factory. Find and capture the structure. Hab ich gemacht. Wo? Ja, genau. Sehr schön. Erstmal eine Mine Facility erbänden. Bonus ist das. Was gibt ihr denn eigentlich? 800 Credits? Nice! Die nehme ich auf jeden Fall gerne. Hallo? Squad, advance. Will er mich verarschen? Nein, da kommen noch mehr. Erstmal. Gehen wir in die Bereich, Sir. Na, komm. Affirmativ. Der hat hier einen von den... Republikohr kann rausgehen. Ballert. So, jetzt könnte ich eine Verstärkung rufen. Äh, ich ruf mal Greedo für bessere Leute. Den da. Mein Auto. Stammtruppen. Und das, was KFC verkauft. Bei sehr schlechten Zeiten. So. Okay, ich nehme da nicht so viel Chancen. Ja? Ja, genau. Landen erstmal alle. Ihr schafft das. Die aber nicht. Mist! Okay, Moment. Ich splitt das mal eben auf. Ihr geht mal hier nach oben. Da ist irgendwas. Okay. Sehe ich tatsächlich nichts. Ja, schieß da mal durch. Was zur Hölle? Was kann der denn hier überhaupt? Overcharge Blaster. Dann overcharge mal. Das ging wahrscheinlich voll daneben. Ja. Aha. Jetzt sind die alle zu gut zum Schießen. Oder? Ja. 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 Was ist das denn da jetzt? Hallo? Yo, der Große. Schau, Stehler hier. Walker, um zu attacken. Genau, lass uns mal eine große Statue da hinstellen, damit der Wackelpuny nicht so allein ist. Woher komme ich denn da hin? Gar nicht. Naja, offensichtlich, ne? Aufwesendung. Keep going. Ach so, ja, die kommen da hin, haha. Bereit, um deine Transmission zu bekommen. Ich habe nichts mehr zu bekommen. Es ist bereit. 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 Es wird mehr Schade, als du mir liebst. Ach, das für ein Effekt? Ach so, nee, Moment. Ich bin jetzt erst hier hochgelaufen. Und das war's auch leider schon. Schade. Wenden dieses Battle, wird Ihnen einen Basis-Influenz von 5 auf diesem Planeten geben. Das ist doch schön! Und wir haben einen... Stimmt, Ruproentum. Oh, das Ende ist... Naaaaaaah! Na, Schaidaaaah! Ah, genau. Ich guck nochmal eben, ob der hier irgendwo seine geheime Hummelbasis hat. Okay. Das ist nicht der eine Dute aus den Filmen. Das war der eine Dute aus dem Film. Kann ich mir nachgucken, wer das erstenssendlich war. Dann fliegen wir nochmal kurz hier hin. Das sieht doch nach Spaß aus. Komm, das nehmen wir nochmal eben mit. Wildlife Greeth-Greeth-Greeth-Greeth-Gang. Die Greeth-Gang. Moin. Der Planet sieht aus wie so ein Rieserapfel. Aha. Guck mal, hier haben wir schon mal zwei Stenze. Uh, das könnte doch mal ein bisschen interessanter werden. Geh raus! Mantle Cruiser Operational Commander. Okay, hier geht's! Sie werden die Strecke. Sie werden den Kurs, um das Intercept zu verändern. Ich habe mal bei den ersten Empire War Videos gesagt. Empire War ist jetzt schon, glaube ich, 20 Jahre alt oder so. Keine Ahnung, 2021. Das ist unfassbar lange her. Nee, oder? Oder 15. Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Ich meine, es war älter, als ich dachte. Ich habe gerade auch irgendwie so... Also, ich habe es da schon mal für rausgesucht und jetzt wieder vergessen. Und ich meine, es ist von 2002. Zwei. Aber wer weiß da schon? Das Internet weiß es aber nicht. So, der Governor. Der Governator. Was schießen die denn da? Frequenz open. Du machst mal einen ganz heftigen U-Turn. Sonst war es das nämlich. Mantel Cruiser Operational Commander. Doch krass, wenn die einmal tot sind, dann kommen die halt nicht wieder. Sondern, ja, genauso wie der jetzt. Der wird nämlich jetzt den großen... Manitou grüßen. Geil, die haben so nebenan B-Fregatten. Flieg doch! Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Weg! Er ist weg! Da ist er. Heavy Star Destroyer erwartet. Ja, ganz cool, aber wieder ohne Herausforderung. Ja, das darf ich jetzt gerade noch mit den Jägern prügeln. Ja, das darf ich jetzt gerade noch mit den Jägern prügeln. Ja, die werden einfach gegessen. Ich mein, was wollen die auch tun? Locking on. Enemies in Rage. I've got them in my service. Warming up! Ja. Sehr schön. Ach, jetzt darf ich da echt noch rüberfliegen und... Ja, okay. Dann fliegt mal eben. Ich glaube immer, wenn die dann irgendwie so ne... Na, das ist glaube ich nicht so die Faustregel dafür. Ich dachte immer, wenn die halt so ne Base hier im Hintergrund haben, dann würden die sich nicht zurückziehen. Ich bezweifle das allerdings. Genau, der einfach so, yo... Rote Ampeln gibt's für mich nicht. Ich fliege einfach durch. Yo, die haben jetzt ein bisschen mehr gebombt. Aber man hat's gerade gesehen, selbst mit den Bomben. Na? Boah. Gucken wir da nicht einfach so durch den Schild. Nice. Ein Strikecruiser verloren. Missed. Yo. Würde ich sagen, komm, wir nehmen mal das Spezialende. Supreme, den bauen wir ab. Gucken, was da jetzt passiert. Das ist witzig, weil ich hab nicht einmal gegen die New Republic gespielt. Dankeschön. Das war ja erstmal ein bisschen, äh, zart beseitet. Game Mods in historical battles. Okay. Ich, ähm... Gibt's denn hier noch? Instant Action. Fleet Builder. Und so weiter und so fort. Survival Mode Empire. Survival Mode New Republic. See how long you can last while fighting off increasingly difficult waves of enemy forces. Kann man sich mal anschauen. Gibt's auch für das Empire. Sehr schön. Und dann instantly build and battle with large custom fleets of whatever size you like. For whichever factions you like. Ja, aber dann mit... Ah, ich weiß, da muss schon irgendwie so ein Hintergrund dabei sein. Sonst finde ich das nämlich ein bisschen... Meh bis na ja. Infinites. Historic Conflicts. Ähm... Full Galaxy. Genau. Das machen wir dann irgendwann später. Peter. Planets. Hier ist es auch genau. Die Konflicts haben wir gespielt. Historic Konflicts. Das hört sich nach wie vor immer komisch an. Die Stars Align. Wo geht's in der Description? The turmoil of the Endor has fractured the galaxy. With a Berge yawning. Gesundheit. New Republic and ailing Empire scrambling over territory. Amidst the struggle Grand Moff Ardus Cain. Meets with several corporate allies. And establishes the Pentastar alignment of powers. And is ready to grasp the vacant title of Galactic Emperor. So ein bisschen was wie Piraten König sein. Dass einfach jeder Mensch versucht hier Imperator zu werden. Wenn ich groß bin bin ich Imperator. Yeah. So und ähm... 29 Planeten ist eigentlich ganz cool. So in the Republic. Pentastar alignment ist zählt noch als easy. Ähm... Yo. Proxman CPU load light. Interessant. Also das wäre auf jeden Fall eine Option die ich mitnehmen würde. Mal sehen ob ich dann noch mal Empire spiele. Oder noch einen der anderen Pentastar alignment wäre. Eigentlich mal interessant zu sehen was man damit so rausnehmen kann. Aber... Naja. Mal gucken. So was haben wir hier. Der Bagdawar. Auch 26 Planeten. Eigentlich ganz cool. Ähm... Wir können üblichen Verdächtigen spielen. Wobei Sinches Empire dann auch wieder easy ist. Description. Coruscant hat fallen. But Director Isat hat... Isat? Isat? Ähm... Isat. Das weiß ich. Director. Okay. Ähm... Eine Sie... ...has scurried away to... Thy Farrah. Where she has taken control of the planet and its Bugter production. The New Republic tries to organize itself in its new capital. While Warlord Sinches ambitions threaten to overwhelm both factions. Okay. Der Bagdawar. 56 Planeten. Ähm... Schon ein bisschen anspruchsvoller. Finde ich auch gut, dass man sich hier auf New Republic und das Empire begrenzt. Approximate CPU load medium. Echt nett, dass Sie das damit so schreiben. Description. The Empire test... Ne. Titas. The Empire Titas on defeat and the New Republic is ascendant. But the appearance of Grand Admiral Thrawn threatens break... Threatens break... Threatens break this status quo... Quo. Ne, Quo. Sorry. I'm confederating several splintered imperial groups together and with knowledge of some of the Empire's greatest secrets Thrawn aims to bring the New Republic to its knees. Huuu. 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 L остав 더 Gunsars front. Right now, 50 planets.... Turkish realist rated no other... peel that responds pretty nice. He says, Thrawn campaign isn't really stupid but... Now, it exists. Frag force itself on its authority. After Grand Admiral Thrawn death district the New Republic looks to go on the offensive, aiming at delle작renne Hegemony.. Alter, diese Worte. The New Republic hopes for a campaign that will intimidate the remaining warlords and prove its strength. But the ruthless Prince Admiral Crannell has the aid of this supposedly dead Isan Isad while the hidden figure tries to play both sides against each other. Wir können wieder die New Republic spielen oder das Yutrik Hegemony as Empire Medium. Okay. Und unsere CPU wird geschont. Das ist schön. Und es lädt gerade mal wieder, weil ein neuer Kampf im Hintergrund geladen wird. So, Operation Shadow Hand. The death of Grand Admiral Thrawn hath united the remaining Imperius through coordinates and launched a massive assault that may break the New Republic. Wie viele forces haben die eigentlich noch im Hintergrund? Keine Ahnung. Behind the scenes, the mysterious omnipotent battle leader da ist er wieder overseas. The campaign made this campaign and soon prepares to reveal himself accompanied by devastating new weapons of destruction. geil. Boah, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe gerade echt Bock auf mehrere davon. Aber kann ich ja das letzte spielen. So, Description, Palpatines final death. Ja, ja, glaubt ihr. has come and gone and the royal god Kano Jax has assumed the throne of what's left of the Empire backed by a new ruling council. The throne of the galaxy is tumultuous. Tumultuous. Okay. As the New Republic struggles to get back on its feet against both the remaining warlords and the Crimson Empire. Crimson? Crimson? Crimson, ne? So, Planets 57. Mhm, mhm, mhm. Geil. Ähm. Eridu Authority und Greater Maldrude ist beides etwas schwerer als der Rest. Wäre natürlich dann später, also wäre dann natürlich was für später. Description, breaking her long isolation in the mall Admiral Dala takes her fleet out to the rest of the galaxy. Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich to reunite the Empire. Dala's campaign may take the New Republic by moment. Oh, her head's off gehen. Mhm. Ah, sorry. Es ist, es ist wieder die Tageszeit. Es ist einfach wieder die Tageszeit. So, by deadly surprise, if they do not stop her in time. Ich bin nicht ganz sicher, wer Dala ist. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege und ich hoffe, ich werde dafür auch nicht gestiefelt, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, das ist hier auch eine von Thrawns Volk, also von den Chiss. Gleich mal googeln. Dann wieder nicht doof sterben. Das ist immer schön. So, Orinda Campaign. Orinda. Hey. Ich muss gerade denken, so hier die Governor Price, heißt ja Arinda mit Vornamen, wird in dem ersten Buch der zweiten Thrawn Trilogie behandelt. Auch ihr Aufstieg nach oben, finde ich sehr interessant. Das ist ja die in Anführungsstrichen nette Dame, die ja den Rebellen aus Rebels zusetzt. Ja, aber trotzdem fand ich ihre Geschichte sehr interessant. Kann ich nicht anders sagen. Now, in total command of the Imperial Remnants, Gilad Pallion, ich glaube, Gillad heißt er. Gillette. Pallion aims to take the former Imperial world of Orinda from the New Republic. Bolstered by the Superstar Destroyer Reaper and two secret Star Dreadnaughts gained from the Deep Core, Pallion hopes to overwhelm the New Republic. Punkt. Yo, Verge und Tillis hoping to sound the Death Gnell Death Nell Death Nell of the Empire. Kenn ich nicht als Begriff. Commands the Counter Offensive Abort Lusankhia. The Climax of this Galactic Civil War is here at last. Das klingt auch wieder richtig geil. Ich finde es auch sehr interessant, Achtung, Spoiler ahead, dass der Pallion, der eigentlich der Captain der Chimera war, Thrawn's Flaggschiff, dass der am Ende des Tages das ganze Imperium übernimmt. Das ist schon irgendwie bindet. So, Final Imperium push. The Moth Council, after the success of the Orinda campaign years earlier, has forced Pallion into one final strike against the New Republic. Unenthusiastic but obedient, Pallion hopes to force the New Republic into peace swiftly. As called on Nathasi Dallas forces into in the deep call for help. Okay, ist okay. Ist alles irgendwie geil, ist alles irgendwie richtig, richtig geil und ich finde das unfassbar gut, ich sag es immer wieder, dass sie das hier alles einfach mal in so eine Mod eingebaut haben, also das was eigentlich schon so ein weiteres Spiel sein könnte. Es hätte damals, also wäre es jetzt irgendwie 2-3 Jahre nach Force of Corruption auskommen, hätte aber ich bin gerade echt einfach nur froh, dass ich das hier nach allen anderen entdeckt habe, dass es A Thron's Revenge gibt. Trotzdem sehr cool. So, die Karmas Crisis Description Pallion realizes the war is lost, plans to sue for peace, yet the new republic has its own issues, as a controversial revelation threatens to ignite civil war. das muss ich halt in den Gale unterdrücken. Gott, unknown to both factions, the hidden legacy of Thrawn plans to the hidden legacy of Thrawn plans to reveal itself in the unknown regions. Ich glaube, ich Empire of the hand is medium. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich überlege mir das jetzt noch mal, was ich als nächstes mitnehme. Sorry dafür, dass ich jetzt die hastige Folge so voll gequatscht habe, aber ich glaube, das war jetzt nicht so ganz uninteressant. Ja, und dann werde ich mir davon mal eins aussuchen und dann einfach mal anzocken. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas hier bestimmtes sehen wollt, dann gerne einfach reinschreiben in die berichtliche Kommentare-Sektion und dann noch habe ich ja Zeit, das alles zu lesen. Ich nehme mir dafür auch immer gern die Zeit, wenn meistens eh nur ein Kommentar oder zwei in der Video stehen, dann lese ich die natürlich auch und beantworte die dementsprechend. Und, ähm, ja, tatsächlich macht es mir immer sehr, sehr, also, ne, es macht mir tatsächlich Spaß, darauf zu antworten. Und, äh, noch mehr Spaß macht es dann natürlich, wenn da Vorschläge kommen, was ich hier zocken kann. Jo, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Packung von irgendeinem Szenario hier. Wie gesagt, ich will es jetzt noch nicht verraten. Ich weiß auch ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich spielen will. Ja, und, jo, wie gesagt, die Pakete kommen dann, ne, jetzt immer so ein bisschen verschoben, sag ich jetzt mal. Aber dann hoffentlich immer nur so um ein, maximal zwei Wochen. Na, dass man da jetzt nicht immer so ewig drauf warten muss, bis der Trottel mal wieder irgendwelche Videos von Empire at War raushaut. Jo, alles klar. Dann genug gelabert. Äh, bis später. Peter. Peter. Und, äh, ja, reingauen, wieder schauen, tschüss. Juniets. Juniets. Untertitelung des ZDF, 2020